Hier ist Jordan von Afro.TV und heute machen wir mal 8 Arten von DSDS-Teilnehmern, weil DSDS ist ja gerade drum und ja, peace out. Der Goldecker, der sich in das Jurymitglied verliebt. Hey du! Willst du mich heiraten? Der extra für diese Show in ein anderes Land reist. Yeah, I'm Bob, I'm from America and I try my luck in Deutschland. And in Deutschland I want to sing a Slager song, cause I hear that Slager is famous in Germany. So, I sing Slager from Helene Fisser. Der Geschichtenerzähler. Also, meine Katze ist 84 mal gestorben und wo ich auf dem Weg zur Klassenfahrt war, ist der Bus in Vokan reingefallen und dann sind alle gestorben. Und ich habe es als einzigste überlebt und ja, sehr schwer für mich. Und jetzt muss ich euch alle überzeugen. Der Kanake. Wallah Habibi, wenn ihr mich so diese Insel lässt oder wenn ihr mich so Abu Dhabi lässt. Wallah, ich gebe Restaurant auf meinen Nacken. Alles auf meinen Nacken. Ich schwöre sogar. Wallah ist alles auf meinen Nacken. Der Afrikaner. Hallo, hallo. Ich bin Quadbu von Ghana und ich habe gesehen, in Germany hört man ganz schnell FAMOUS, FAMOUS, FAMOUS. Ich habe gesehen eine Junge, die haben gesagt, warum meine Roof Cup kurz geht. Red Diner. Und ich sag dann auch einen Spuck. Ich schlag den Kopf in meinem Gesicht. Und ich bin dann auch Star, ich bin auch Star. Okay, ich sing jetzt. Der Nix Könner. Also, ich bin hier, weil ich in mir Potenzial sehe, der größte Superstar Deutschlands zu sein. Und ja, ich bin's einfach, ich bin's. Ihr könnt alle boonen, ich bin's einfach. Ich bin's einfach. Ich bin jetzt Star. Ich bin's einfach. Ich bin's einfach. Ich bin's einfach. Hört meine Stimme. Ich brauche keinen Autotune. Ich bin einfach der Beste. Der Rapper. Du bist voll arrogant, du gibst mir nicht die Hand. Jetzt komm ich nach Spide, der klingelt wie ein Pizza-Lieferant. Check. Guckt das Haus, guckt die Frau, guckt das Auto, Bruder. Ich helfe dein Laufen, Bruder. Deine Laufen, Außen, Bruder. Deine Gang, Haufen, Loser. Der Tänzer. Das war's mit dem Video. Acht Arten von DSDS Teilnehmern. Und wenn es euch gefällt, geht einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir wissen möchtet, dann abonniert meinen einzelnen Kanal, GMTV Gamer TV, der hier oben ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020